Ich wurde gerade gebannt! Ich wurde einfach gerade gebannt! Alter! Warum? So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video und zwar befinden wir uns heute auf dem Fun-Will-Server. Ich habe einen Spielmodus gefunden, der mir echt, also so leichte Suchgefahr auf jeden Fall hat. Der gefällt mir und da ich dachte, heute ist Minigames-Tag Donnerstag, dann, ja, zocke ich den einfach mal mit euch an. Außerdem, ja, warte mal, ich nehme mir erstmal Stuff, denn ich habe schon ein bisschen mir was gegönnt. So, ich muss außerdem sagen, also im Moment macht mir auf jeden Fall YouTube richtig Bock, denn, lol, was geht ab? Nein. Habe ich jetzt die Sachen verloren? What? Egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, im Moment macht mir YouTube echt ziemlich viel Spaß, weil einfach eure Kommentare richtig cool sind und ich gucke mir die immer abends ziemlich gerne an. Und da wollt ihr alle abstauben, ne? Oh, ich muss weg. Okay, Leute, ähm, und zwar, ja, habe ich einfach übel Motivation im Moment, weil ihr einfach so richtig geile Kommentare überschreibt. Och, ey, warum habe ich am Anfang alle verloren? Mann, ich habe doch jetzt keine Chance mehr. Och, Mann, ich habe einfach, einfach alles verloren. Ey, das gibt's nicht. Und, oh, das regt mich einfach gerade übel auf. Hä, warum kann ich den jetzt nicht hitten? Hä? Äh, alles klar. Ey, Leute, was ist denn hier los? Ich zog die ganze Zeit schon den Kackmonen aus. Und jetzt? Und jetzt kommt sowas? Ich verliere einfach direkt alles? Das ist doch voll Kacke. Also, äh, auf jeden Fall wollte ich sagen, ey, guck mal, so ein Equip, ne? So ein Equip hatte ich vorn. So war noch besser. Dann hätte ich easy... Nein! Egal, ich habe ihn bekommen. Das heißt, ich habe noch ein paar Münzen dazu bekommen. Ich versuche, jetzt ein bisschen was zu farmen. Aber, also, ich muss sagen, das Spiel hat auf jeden Fall Suchtgefahr. Eine hohe Suchtgefahr. Aber es macht richtig Bock. Also, äh, wenn man sich da so einmal reingehangen hat, dann kann man schon fast gar nicht mehr aufhören. Okay, 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 okay. Die Sachen könnten uns auf jeden Fall grabben. Okay, okay. Vielleicht ist er low. Vielleicht ist er low. Das wird ja nochmal von dem angehtet. Okay, Abstauber. Mist! Na, egal, auf jeden Fall so. Äh, komm, das gibt's doch nicht, ey. Ich muss auch immer was kriegen. Okay, Marcy XD, der könnte mir vielleicht ein paar Punkte geben. Komm, mit mir dein Point, gib mir deine Punkte, danke. So, der hat ein bisschen Glück. Echt? Ja, ja, nein. Wecki, weg, 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 weg. Nein, nein, ja, nein, oh, Mann. Wie läuft das hier gerade? Das ist ja richtig scheiße. Okay, ich versuche, es war einfach mal ein bisschen, besseres Equipment zu bekommen. Also, äh, so kann ich hier auf keinen Fall rumrennen. Okay, warte mal, vielleicht hat er ja... Also, ich hab hier kein Damage-Indicator leider drin. Das wäre natürlich echt sinnvoll. Wäre doch vielleicht ganz sinnvoll gewesen, das wirklich. So, jetzt hab ich nochmal Punkte bekommen. Und jetzt... Nein! Nein, man verliert auch jedes Mal wieder Punkte. Das ist halt die Scheiße. Wenn das nicht so wäre, wäre das ja alles hier total einfach. Aber, äh, ja, das Holzspiel ist halt umsonst. Och, Mann, nein. Wenn ich einfach alles verloren hab. Ey, komm, ich hatte voll Eisen. Och, Leute, so ein Pech hab auch wirklich immer nur ich. Ich hatte voll Iron. Dann locke ich mich aus und auf einmal droppt alles. Das gibt's doch nicht. Ich hatte voll Iron, Mann. Ich hätte so easy alle gezogen. Och, komm. Warum hab ich immer so ein Fickpech? Das gibt's doch nicht. So, aber jetzt, wenn ich muss... Oh, Mann! Ich hatte einfach voll Iron. Ah! Na, egal, Leute. Jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie anders hoch... Hochgraben. So. Jetzt haben wir ein paar Punkte gegrabt. Aber nur neun Punkte, Alter. Okay. Der wird uns kriegen, wahrscheinlich. Ach, man kann sich jetzt hier auch was kaufen. Okay, dann... Weil wir noch zu wenig für... Okay, warte, dann hol ich mir schon mal das hier. Bin ich wenigstens schon ein bisschen equipped. Okay, 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 man muss hier... Also, wir müssen ja echt taktisch vorgehen. Der Typ hat nämlich zum Beispiel jetzt gerade ein Eisen schwer. Das heißt, den greife ich jetzt einfach mal an. An, außer die Target, mich halt beide. Ah, scheiße! Mann! Lol, ich hatte einfach voll Iron. Wenn ich einfach voll Iron hab und alles verloren hab. So, abstommen. Abstommen, 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 abstommen. Yes! Oh, der regt sich gerade übel auf. Fick dich. Ich geh weg. Ja! Ja! Ja, Leute! Oh, wir sind back in business. Oh, lol. Okay, erstmal... Äh, Eisenschwer das saven. Nice! Okay, hier ist noch ne Kettenhose. Okay, äh, gut, 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 okay. Das heißt, wir haben schon wieder so ein leichtes Startequip. Warte mal, ich muss natürlich auch ein bisschen... Hier die Leder-Sachen saven. Weil die brauche ich auf jeden Fall auch nachher noch. Okay. Äh, alles, was ich jetzt nicht brauche, tue ich einfach mal hier rein. Okay. Nice, nice, Leute. Nice, 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 okay. Äh, okay. Okay. Jo, da, alles klar. Läufe, hier. So. So, Alter, wie einfach, alle jetzt kommen, um zu geiern. Okay. Äh, aber die haben keine Chance, weil wir sind Pro, ne? Wir haben jetzt echt gute Sachen. Aber wir dürfen die halt jetzt... Also, wir könnten die halt auch recht schnell wieder verlieren. Müssen halt nur abgestoppt werden. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht. Jetzt habe ich zum Beispiel nur noch zwei Herzen. Und ich glaube, soweit ich weiß, doch mal regeneriert. Okay. Kann man sich vielleicht irgendwie Heiltränke holen? Heilung. Kacke, ich habe zu wenig Münzen. Okay. Weil nicht, wie viele da man da verbraucht. Der wird mich kriegen. Ähm, okay, Leute, aber, äh, ich gucke mal eben kurz, wie teuer Heiltränke sind. Ähm, Heiltränke, Heiltränke, da, 40 Münzen. 40 Münzen hatte ich doch sogar. Na, egal, auf jeden Fall, jetzt bräuchte ich keine mehr. Also, kann ich mal das hier nehmen, das hier. Das, das, das. Also, ich mag so Spiele, wo man sich so langsam, äh, ja, hocharbeiten muss. Finde ich auf jeden Fall recht chillisch. Okay, warte mal, da könnten wir dann nochmal, yes, und da haben wir auch wieder, ah, ne, wir hatten schon, okay. Äh, ich guck mal, ob irgendwie eine Ender Chess ist, weil, wäre ganz geil, denn, wir brauchen, geht's, warum habe ich zwei Eisenschwetter? Okay, steht jetzt habe ich natürlich mit Eisenschwetter in Gefahr. Ich habe nämlich gerade wieder ein schöner Arbeit ist. Komm, wo ist, komm, wo ist hier eine Ender Chess? Bitte, 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 mir, wo eine Ender Chess? Wo ist ein Ender Chess? Komm schon. Kann nicht sein, ich muss hier eine Ender Chess sein. Okay, da hängt einer fest. Korb, okay. Nein! Nein! Und das meine ich, wenn man halt keine Ender Chess hat, ist man komplett am Arsch. Oh nein, fuck. Nein, scheiße. Okay, ich habe, aber, ich bin ja, ich bin ja immer noch nicht nackt, ne? Ich habe immer noch gute, hier wäre eine fucking Ender Chess gewesen, okay. Alter, ist so, oh, euch geht's gut. Euch geht auf jeden Fall noch allen gut. Leute, ganz normal. So, ich werde auf jeden Fall gerade übel getargetet und ich werde gerade übel den Target. So, warte mal, wie viel Konzert mich denn? Okay, ich habe wieder ein paar Konzert, das heißt, ich könnte mir... Ah, was, ich weiß nicht, was jetzt taktisch klug wäre, sich zu holen. Das auf jeden Fall nicht. So, ich hole mir erstmal nur nichts und versuche mir ein bisschen was zu fahren, weil ich muss halt ja irgendwann auch noch so die Folge beenden, aber... noch, äh, machen wir ein bisschen was, also... Okay, der ist... Den, den ignoriere ich jetzt einfach mal, ich muss mal gucken, wo... Leute sind, die recht viele Sachen haben. Hat auch nur so low, aber der will natürlich nicht jetzt haben. Da fällt ich, mir nicht so viel damage machen lassen von diesen Leuten. Okay, der wird mich jetzt auch gleich töten wollen. Jetzt bin ich halt schon ziemlich low, das ist halt jetzt die Sache. Äh, das ist halt ein bisschen doof, weil... Äh, aber wir kriegen ja jetzt schon, wir bekommen ja trotzdem noch Points. Und das macht ihr eigentlich dann gar nicht. Das ist außerdem eine Survival Games Map, äh, denk, glaube ich zumindest, das ist alles. Ja, das war eine Survival Games Map. Und, äh, ich hol mir jetzt solch Menschen, ich weiß nicht. Ja, ich hätte mir einen holen sollen. Oh, nein, 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 stopp mich ab, bitte nicht. Nein, nein, geh weg. Stopp doch nicht ab. Komm schon, verpiss dich, bitte. Bitte verpiss dich, bitte verpiss dich. Nein, und das sind noch zwei. Okay, er hat mich... Nein, er ist immer noch hinter mir. Oh nein, ich werde sterben jetzt. Nee, doch nicht. Oh Gott. Leute, Leute, helft mir. Nein, oh. Egal, 71 Münzen, es geht langsam, also es wird langsam was. Ich habe hier ja immer noch ein bisschen Rüstung, das heißt, der eine Typ hat uns echt gerade weitergeholfen, um hier... Oh. Nice. Nice, und damit hätten wir wieder volle Rüstung. Okay, warte. Aber wir hatten halt... Hier, nein. Oder auch nicht. Ah, scheiße, man sieht halt nicht, wie viele Hessen der hatte. Ähm, das ist ein bisschen doof, muss man sagen. Äh, ja. Kacke. Oder sowas wie Schrecklich-Ender-Chest würde ich auch ziemlich abfeiern. Kann man nämlich einfach, äh, seine Stuff direkt saven. Und seine E-Metruhe. Das geht nämlich auf meinem Server. He, he, he. Joined alle in den Spaß. Okay. Oh, nein. Ja, komm, verpisst. LOL. LOL. Ich hatte übel den Low-Crowns. Okay. Jetzt haben wir aber wieder ein paar Münzen. Das heißt, ich hole mir mal eine Eisenrüstung. Oder ich hole mir eine Kettenrüstung. Ich habe auch so wenig. Eine Lederrüstung, Leute. So, dann hole ich mir aber dafür ein, ein Steinschwert. Also, jetzt kein gutes Equip, aber wenigstens etwas für den Anfang. Und wie ich sehe, müssen wir vielleicht die Aufnahme bei Nr. Leute, tut leid. Ähm. Denn, äh, sind schon 10 Minuten. Oh, oh, lol, 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 den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Leute, Leute, wenn ich bin, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich nicht, weil der abstaubt. Den krieg ich doch, doch, doch. Ja. Ja, Mann. Okay, nice. Danke für den Abstaub, du Schlingel. Warte mal. Das ist eigentlich... Komm, komm, komm. Komm, komm, bleib jetzt stehen. Bitte. Bitte, bitte bleib stehen. Oh mein Gott. Ja. Hey, Leute, damit hätten wir die Sachen wieder. Ha, ihr Lappen, der Spaß. So, damit haben wir die Full-Iron-Rüstung wieder. Nice. Das haben wir, was ist, ist ganz cool. So, zum Ende der Folge. Ja. Und... Wir 10 enttütteln wir noch mal. Hi, Herr, wie geil. Gut, 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 nicht was. Okay, nice, 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 nice. Okay, Leute, dann will ich sagen. So beenden wir jetzt das Video. Schenken wir jemanden die Sachen. Ich glaube... Ah, loll, der hat mir geschwärt, nein. Nein, ich muss die Folge, wenn die Leute, wenn es zu gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen noch um, da wenden. Ah, verpust dich. Ich dachte, ich habe ihn gekillt, Alter. Das wäre übel krass. Okay, wenn es gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Wertung da. Wir sehen uns beim nächsten Video und ich renne jetzt noch ein bisschen von dem Typen weg und bin tot. Also, Leute, wenn es gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Wir sehen uns und tschau. Ich wurde gerade gebannt. Ich wurde einfach gerade gebannt. Alter, warum?